so hallo zusammen wir drehen heute ein kleines video und zwar haben wir schon einiges vorbereitet hinter mir da steht schon einiges und ja wir schauen mal wie es gleich so funktioniert das ist das erste mal dass wir so eine art von video machen etwas künstlerisch angehauchte version mal sehen wie es läuft, bis später. da kommt der star des Tages. Tag, mein Name ist Peter. Peter lustig. Peter war von Trier und Lohn, also... ja. kleine umbaumaßnahmen bevor es losgeht mit dem dreh das ist Udo ja stopp, ich war scheiße. ich war scheiße, das ist auch geil Udo die dritte wo? Sonntag? ja, ja. du kannst ruhig das Gesicht auch machen und damit wir auch nochmal sicher gehen, dass wir auch alles drehen, machen wir jetzt nochmal ein paar Fotoaufnahmen und Udo muss die ganze Zeit stillhalten das heißt einfach stillhalten heißt auch runterhalten das hört sich schwer okay also so ist gut super gut aber es scheint gut zu schmecken, würde ich so sagen sehr gut ich hoffe, hätte mir das auch schon geblieben, oder ne? alles gut doch erst zu pusten nicht schon wieder essen wir müssen erst drehen jetzt fach das ist gut schuld 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 du nimm das nicht, das ist noch ein bisschen abgegessen das kann man überall sehen das ist noch ein bisschen abgegessen das ist noch ein bisschen abgegessen du musst doch noch nicht so quetschen hin nicht so zusammenfalten klappt nicht zuhause, Mann aber zum pusten wir sind jetzt eigentlich schon beim besten Teil weil wir haben eben schon gegessen und sind jetzt nur noch dabei zu filmen wie Udo nachher die Kresse schneiden muss und der erste Versuch ist gerade schon so ein kleines bisschen schwierig gewesen aber das wird schon noch der 5m Kresse auf dem Brötchen jetzt Udo, jetzt habt ihr vorhin nochmal durchspielen müssen steig ich bin vom Land ja, jetzt ist zu spät jetzt am Ende okay hier wird mir nur angemeckert immer ich hab nicht einen Oscar gekriegt für den Kleinen oh, weißt du doch gar nicht wer weiß das schlechteste die goldene Himbeere oder so wie heißt das noch für den schlechtesten Film der Welt schlechtest Drehbuch schlechtester Schauspieler ist das Ding hier auch nach rechts nach rechts oder links nach rechts Udo, gleich wird's was noch nie in die Bar ja einmal kannst du schneiden oh das ist mein Spezial da weißt du dich schon drauf jetzt wo der Dreh fast im Kasten ist jetzt krieg ich nur Pfeffer von der Dame da vorne eine Regieanweisung nach der anderen was ist ich krieg nur Mecker zu kurz zu lang steht zu weit links zu weit rechts hab die Schnauze voll jetzt schneid ich wie ich das will das hab ich jetzt verstanden also ich schneid jetzt hier irgendwo wir haben ein bisschen die oberritte Wickelkatz hat doch noch mal Kino zum Drehtag ist echt anstrengend kannst besser bei TV arbeiten das ist doch das ist glaube ich bei queじゃ